Kyle berichtete Helen, so stellte sie sich vor, was passiert war, und sie gab ihm einen Wink, ihr zu folgen. Aus dem Weg bellte sie und jagte Freier und Hübscherin zur Seite. Kyle eilte ihr nach, Alexandra immer noch auf den Armen tragend. Vorbei an heruntergekommenen, bunt gestrichenen Häusern führte Helen ihn, bis die Straße sandiger und schlammiger wurde. Ein Wald aus Zelten, manche rund, manche dreieckig, tat sich vor ihm auf. Grob und verfallen, mit Waschzubern und Leinen, die wie ein grobes Spinnennetz wirkten. Endlich hielt Helen eine Plane aus groben Leinen hoch und deutete Kyle, die bewusstlose Alexandra hineinzubringen. Ihr Zelt, erklärte die Halbelfin. Sie nickte zum Platz daneben. Das da ist meins. Kyle trat in das Rund des Zeltes Alexandras und legte sie vor sich auf einer schmalen Bettstadt ab, die aus zwei aufgebockten Brettern bestand und auf dem eine Handvoll Tücher ausgebreitet worden waren. Kyle verstand. Der erhöhte Bretterboden erlaubte es ihr trocken zu bleiben, wenn der Regen Sturzbäche durch ihre Unterkunft jagte. Im hinteren Bereich des Zeltes sah er geflochtene Weidenkörbe und neben einer kalten Feuerstelle stand ein altes, trockenes Bierfass, in dem sie ihre karge Habe aufbewahrte. Helen kniete sich zu der bewusstlosen Frau und hob vorsichtig die Arme an, um die Wunden zu begutachten. Diese Schweine knurrte sie und stand auf. Kyle sah sie fragend an. Das muss gewaschen werden. Und so eilte sie aus dem Zelt, ohne Keils Antwort abzuwarten. Er bettete Alexandras Kopf unter einem zusammengerollten Tuch, ein Kissen fand er nicht, und schickte sich an, Holzscheite aus einem der Weidenkörper aufzulesen, um ein wärmendes Feuer zu entfachen. Die Eingangsplane wurde zurückgeschlagen und Kyle wurde gewahrt, dass es nicht Helen war, die zurückgekommen war, sondern ein bulliger Kerl mit Stirnnacken und kleinen Schweinsaugen. Was ist hier los, forderte dieser zu wissen. Tja, und hier mache ich wieder einen Schnitt, denn das wäre ja ein Spoiler. Aber wir sehen, dass es hier ganz, ganz viele Konflikte gibt, viele innere und äußere Konflikte. Und äußere Konflikte bedeuten halt Kampf. Dunkle Schatten begannen bereits, die Straßen in ein kühles Blau zu tauchen, als Kyle über den ewigen Bazaar von Kalou heimwärts ging und über die schwelende Stimmung dieses merkwürdigen Tages nachdachte. Eine unbestimmte Wut glimmte und glühte in seinem Herzen. Gleich einem schwelenden Feuer schien sein Zorn auf die Welt, auf sich selbst, nicht schwinden zu wollen. Ziellos war er zunächst umhergewandert, hatte etwas gesucht, doch er konnte es nicht greifen. Es war nur ein Gefühl. So, und hier überspringe ich wieder etwas. Es gibt Verschleppungen in der Stadt und, naja, es gibt natürlich dann so Kiles Jugendheldentraum. Ja, jetzt gucken wir mal, was passiert, als er in eine Situation kommt, in der sowas passiert. Ein unterdrückter Schrei ließ ihn herumfahren, als er gerade den nächsten Schlund aus Mauern passierte. Seine Augen durchdrangen das Halbdunkel. Drei Männer zerrten eine Frau in die Tiefe der schmalen und dunklen Seitengasse. Er sah sich um. Niemand reagierte. Die anderen Passanten hatten entweder nichts gehört oder wollten nicht in Dinge hineingezogen werden, die sie nichts angingen. Nichts ändert sich, dachte Kai verbittert. Menschen sind teilnahmslos. Aber er war nicht teilnahmslos. Nicht mehr. Nie wieder. Er eilte auf den Eingang der Gasse zu und spähte in die Dunkelheit. Raue Stimmen schlugen ihm entgegen. Drei Männer hatten eine junge Frau in ihrer Gewalt und zerrten sie hinter einen Stapel Kisten. Die kleine Schlampe wird einen guten Preis bei den Brüdern bringen. Die Stimme leilte wie nach reichlichem Alkoholkonsum. Der Betrunkene. Ja, und sie muss noch nicht einmal mehr jungfräulich sein, wenn diese Spinner ihr den Bauch aufschneiden. Die zweite Stimme klang tiefer und deutlicher. Der Lüsterne. Haltet's Maul, ihr zwei, zischte der dritte Mann. Kratziger. Der Anführer. Ein Sturm aus Bildern hagelte auf Kai nieder. Aufblitzende Ereignisse aus seiner eigenen Vergangenheit. Nein. Aus der Vergangenheit von jenem Kai, der zu weich war. Der hätte härter werden sollen. So, und jetzt überspringe ich hier wieder etwas, denn das sind jetzt die Gefühle und Gedanken, mit denen Kai eben halt sich beschäftigt. Und die Dämonen seiner eigenen Vergangenheit. Er trat näher und schritt in der Mitte der Gasse auf die Männer zu. Der Lüsterne war gerade dabei, seine Hände an seinen Gürtel zu legen und hatte seinen Blick auf den sich windenden Körper geheftet. Die Frau lag am Boden, Blut floss aus ihrem Mundwinkel und zielstrebig stapfte Kai voran. Weiter. Weiter ohne zu zögern. Ohne innezuhalten. Sein Atem und seine Muskeln schienen im Einklang zu sein und er konnte nicht anhalten. Er konnte keine Angst spüren. Nicht heute. Nicht hier. Er fühlte sich wie ein Koloss, als ihn seine Beine Schritt für Schritt dichter an die drei Kerle heranführten. Heute wich er nicht aus. Heute bahnte er sich seinen Weg. Er war unaufhaltsam, hungrig. Mit dem Stiefel stieß er eine kleine Kiste an die Seite, die jemand zu dem anderen Unrat in der Gasse geworfen hatte. Die Kiste zersplitterte an der Wand und das Geräusch des berstenden Holzes ließ die Männer aufhorchen. Sie sahen ihn mit Verblüffung auf ihren Zügen an. Lass die Frau los. Kals Stimme sollte in der Gasse unheilvoll dröhnen, doch kippte sie in den hohen Tonlagen ein wenig um und nahm ihr den mächtigen Eindruck, den sein Satz erwecken sollte. Verdammt. Was war nun mit ihm? Er hatte keine Angst, keine Furcht, nur diese unheimliche innere Ruhe. Er fühlte sich so unendlich offen. Warum also versagte seine Stimme? Warum nicht ein donnernder, ehrfurchtgebietender Klang, wie er es in seinen Träumen so oft durchgespielt hatte? Voneinander Abstand nehmend, zogen die drei Krieger grinsend ihre Waffen und nahmen Positionen ein, um sich nicht gegenseitig im Kampf zu behindern. Erfahrene Krieger. Aufmerksam musterte Kyle die Waffen der Kerle. Der Betrunkene hielt ein langes Fangeisen in den klobigen Händen. Diese Waffe, bestehend aus einer langen Stange, an deren Ende zwei Bügel waren, welche sich um den Hals des Opfers schließen konnten, musste er im Auge behalten. Der Lüsterne trug ein Gladius, jenes klassische Kurzschwert, aus den längst vergessenen Tagen, als sich aus der splitterten Grafschaften und Herzogtümern das atlantiarische Imperium gebildet hatte. Der Anführer drehte derweil einen langen Spieß mit Stahlspitz erwartungsvoll in der Hand. Verschwinde, du Grünschnabel, geh zu deiner Amme, höhnte er. Doch Kyle hörte sich zu seiner eigenen Überraschung selbst nur einen verächtlich klingenden Laut ausstoßen. Und noch immer schritt er weiter auf die Gruppe zu. An dieser Stelle überspringe ich wieder ein bisschen, denn es kommen natürlich ganz, ganz viele Gedanken immer wieder mit rein. Zehn Schritte war der Mann noch entfernt. Noch acht. Ein Wimpernschlag später. Weniger Augenblicke, bevor der erste Mann ihn erreichen konnte, zog Kyle sein eigenes Kurzschwert, hob es über den Kopf und schleuderte es auf seinen Gegner. Dieser stoppte seinen Angriff, ließ seine eigene Klinge hochfahren und Kyle's geworfenes Kurzschwert fiel klirrend zu Boden. Dieser Gegner war keine Strohpuppe. Zu dumm, Junge. Du hättest gehen sollen. Gehen? Fliehen? Feige sein? Wenn ich schon sterben muss? Dann wenigstens als das, was ich immer sein wollte. Als Held. Der Schwertträger setzte sich wieder in Bewegung und ruhig zog Kyle seinen Anderthalbhänder, fasste den Griff mit beiden Händen und stürmte gleichfalls vor, seine Stimme mit jedem Schritt zu einem Brüllen anhebend. Stahl prallte auf Stahl und Funken sprühten, als die Klingen aneinander schleiften. Er spürte jene neue Kraft in seinen Armen, seinen Muskeln, genoss den Druck, den die Klinge seines Gegners gegen die Seine ausübte. Ohne Vorwarnung nahm er seinen Widerstand zurück und bevor die Schneide des Gegners ihn treffen konnte, ging er in die Knie, parierte beidhändig, den etwas überraschten Vollgeschlag zu seinem Kopf und schleuderte dann, mit seiner eigenen Riposte, die Klinge des Anderen außer Reichweite. Überraschung stand ins Gesicht seines ersten echten Gegners geschrieben, doch Kyle weidete sich nicht daran. Sein Bastardschwert fuhr nieder und hieb gegen das Knie des Mannes. Ein seltsamer Widerstand erfüllte Kyle's Hände, als Fleisch und Knochen durchtrennt wurden. Blut sprudelte aus der Wunde und Kyle's weißes Hemd wurde von der Hüfte bis zum Hals in einem roten Schauer besudelt. Tropfen trafen seine Züge wie fallender Regen. Er strich sich mit der Hand übers Gesicht und sah das Blut auf seinen Händen. Für einen Herzschlag lang musste er an Goviks Vater denken, den seine eigenen Hunde zerfleischt hatten. Auch diesen Welpen habt ihr einmal zu oft geschlagen, knuttelte der Dämon in seiner Seele, während Kyle sein erstes Opfer betrachtete. Die Muskeln des Mannes verkrampften sich und der Verletzte sank zu Boden, um erst dort zu begreifen, was ihm widerfahren war. Höher und höher wurden die Schreie, um dann in ein gequältes Heulen überzugehen. Töte ihn! Nur dieser Gedanke war in seinem Kopf. Lass ihn dafür bezahlen, was er getan hat. Was er der Frau antun wollte. Was die anderen dir angetan haben. Töte ihn! Kühl. Beinahe so, als würde er den Moment auskosten wollen, hob Kyle die Klinge, um den winselnden, sich am Boden windenden Schwerträger den Garaus zu machen. Tja.